so leute sind wir beim nächsten video ich bin noch ein bisschen krank aber ich will euch die pionidex zeigen ihr seht phoenix ein challenger deck bbam challenger deck was ich mir selber mal geholt habe weil who ordered extreme spicy chicken okay das wird langsam zu dead jokes hübsch hübsch sehr hübsch es wird langsam zu der jokes was daran ist mal gucken was wir haben die die pionidex so sollte ich sind ja eigentlich ganz cool ich mag die ja tatsächlich ich finde ja auch als 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 ganz cool der preis ist ein bisschen hoch habe jetzt gesehen das muss ich jetzt selber bezahlen alles weil ich das haben wollte aber ja also alles in allem es sind halt coole decks und man kann sie halt so aus der packung spielen dieses deck hat eine besonderheit das kann ich direkt schon sagen bei diesem deck ist es so dass hier karten drin sind die pionier gebannt sind wenn ihr aber genau diese 75 karten spielt dürfte dieses deck auf turnieren spielen was ganz lustig ist weil damit haben sie halt eine regelung geschaffen dass selbst wenn sie draußen noch eine karte bannen man dieses deck hier aktuell spielen darf und das finde ich halt ziemlich lächerlich bei standard haben sie es jetzt schon zweimal gehabt also damals in dem ersten syndica block also in worldwreck block um noch zu sein und dann gab es das noch mal in dem monowite aggro wo halt sachen aus kaltheim drin waren die gebannt sind ja schwierig aber das waren standard decks das hier ist ein pioneer deck heißt dieses deck wird auf ewig so bestehen bleiben können auch hier der japan cut wie man sieht wie dunkel die dann werden und wie hell die dann werden ist der laser cut warum habe ich schon das mail deck aufmacht wir gucken uns erst die tokens an ich bin schon wieder am schwafeln am rumdrucksen es tut mir ein bisschen leid machen wir mal machen wir mal auf müll weg tokens haben ein paar treasures ein paar flipkarten aus crimson war auch hier und ein paar clues treasure und clues mehr braucht die welt ja nicht dann mainboard mainboard haben wir thing in the ice ist eine zwei mana 0 4 defender mit eiscountern zehn stück und immer mit insidio sorcery cast nehmen eiscountern von runter und wenn das ding dann keine eiscountern hat dann flippen wir es und wenn es sich da rein transformiert wird es ein 7 8er und wir bouncen alle nicht horror kreaturen zurück die hand super mächtig das ist wirklich eine saukule karte ich mag die wirklich ich finde thing in the ice sehr sehr cool dann haben wir arglite phoenix die name set in der karte die nur zwei mal hier drin ist vier mana 3 2 fliegend eile immer wenn wir zu beginn des combats in diesem zug drei zauber gewirkt haben insidio sorceries können wir den aus dem friedhof wieder ein spiel bringen fliegend eile ist halt ganz cool im legacy spielt man das halt so irgendeine karte dark ritual bird alive bird alive ist ein dreimannerspell der sagt wir können bis zu drei karten im deck an friedhof legen legen wir drei phoenix da rein haben drei spells gespielt und können halt für neun bis zwölf hauen gehen sehr sehr cool ich brauchte halt ein paar phoenix so noch ich habe noch keine und hier waren sie drin also mitgenommen dann haben wir sulfo falls die kommen end up dem spiel wenn wir ein mountain oder eine insel kontrollieren tempel warum haben wir vier tempel und zwei davon schwachsinn shimreef auch ganz cool ist das pain land davon haben wir vier stück sehr cool und eines die mens auch hier schock land super super angenehm hier machen wir uns schaden wenn wir machen pain und das ist schock mit zwei schaden sehr cool das waren schon alle rares gut langsam tschuldigung ich gehe wie immer hier die rares genauer durch und wenn ich eben was finde was ich halt ganz cool finde halte ich da kurz an und dreht mit euch darüber das sind wenig rares also ich habe ja neulich dass das andere aufgemacht das blau schwarze gefühlt waren da mehr rares drin ja crackling drake nicht so die geilste karte aber kann man mal spielen is it charms damals eine sehr coole karte expressive iteration eine gebannte karte tatsächlich das ist die gebannte karte in dem set die ist aber super mächtig char de course sehr cool zwei karten ziehen muss man eine karte abwerfen wenn man nicht angriffen hat wir greifen im deck oft an hoffentlich müssen wir keine karte abwerfen lightning axe hat zusätzliche kosten kann mit der handkarte abwerfen auch wenn wir dann phoenix abwerfen kein problem fiery impulse zwei schaden an der kreatur wenn wir drei oder mehr insel ressourcen haben macht er drei schaden das ist leider nur kreaturen nicht spieler flame blast bolt zwei der mitsch auf dem kreatur der planeswalker und wenn die kreatur der planeswalker in friedhof geht extrem hier stattdessen consider mehr consider playset consider treasure cruise treasure cruise ist legal in pioneer wow ja treasure cruise ein blaues sieben farblose mit delf wir können karten aus dem friedhof exilen die mana kosten günstiger zu machen und ziehen dann drei karten wow sick dann noch opt place hat opt ist ganz cool piece of the puzzle auch ein sehr mächtiger zauber für drei mana gucken wir uns die obersten fünf karten und sechs an beziehungsweise revielen die nehmen zwei inseln oder sorceries davon auf die hand und legen den rest in unseren friedhof ist ganz cool damit können wir halt ein phoenix in friedhof legen können opt und consider kriegen zwei spells spielen haben wir drei spells easy peasy ein spell macht drei spells inseln mountains gefühlt sind da keine rares drin also das finde ich krass also gerade weil das ja eines der teuersten necks ist finde ich das gar nicht mal so gut ich bin ein bisschen ein bisschen enttäuscht bisher gucken wir was das zeitwort zu bieten hat ich hoffe mal mehr wir haben es weltering sun zwei rote ein farbloses verfügen x3 schaden an der kreatur zu cycling okay abrade gute karte abrade gute karte labacoil auch gute karte mystical dip suit als counter vier stück okay in various surgery auch ganz gut drei nassets schreibt mir bitte in die kommentare ob ich mir das einbilde dass in dem anderen deck viel viel mehr rears drin sind und das auch viel viel besser aufgebaut ist das hier ist ja das sind halt ja ich habe sogar die karten vorgelesen und ich bin halt bin minuten durch das wirkt das wirkt nicht richtig das wirkt nicht wie das pioneer deck das ist sehr schade also auf der liste sah es doch einigermaßen pioneer mäßig aus wenn ich so die liste mir angeguckt habe aber jetzt so im nachhinein beim öffnen muss ich sagen das ist ein bisschen underwhelming das finde ich gar nicht so krass da würde ich mir eher das blau schwarze holen ja krass soviel zu meiner meinung das war ein kurzes video ich hoffe das opening hat euch trotzdem gefallen und meine kurzer rant über meine meinung auch und ich hoffe ihr habt spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ablexid ciao ciao abone ol abone ol